I'm at an all time Yo Leute, was geht? Euer Error ist wieder back Und heute habe ich für euch und für mich das kleine Ankündigungsvideo FAQ Und ja Leute, könnt für mich ein paar Fragen reinstellen Also persönliche Fragen Und natürlich YouTube Fragen für mich Und so welche Spiele, was ich so und so spiele Und ja Leute, dann schreibt jetzt voll in den Kommentaren Was ihr rein schreiben wollt, schreibt was rein, was ihr wollt Und ja Leute, noch die andere Sache Ich bin letzten, also ab morgen, so ein paar, vier Tage bin ich weg Und wenn ihr wollt, dass ich das aufnehme Dann lasst erstmal ein Like da, weil da wo ich hingehe Leute Wird so Bombe Und ja, wenn ihr wollt, dass ich das aufnehme und euch das zeige Lasst ein Like da Dann lasse ich auf jeden Fall, dass ihr wollt Und schreibt auf jeden Fall Fragen rein Weil ohne Fragen gibt es ja auch keine FAQ Und deswegen, ähm Sagen wir so, fünf Fragen über mich Zum fünf Fragen über YouTube Was ich erreichen will und schablabla Und dann fünf Fragen noch Was ich so für viele Spiele spielen und welche Spiele mag ich und so weiter und so fort Und ja, ähm Dieses FAQ wird dann, ähm Nachdem es wieder kommt Wird es dann starten Und ähm, bis dahin könnt ihr schreiben Eine Woche könnt ihr Fragen schreiben, wie ihr wollt Und ja, wirklich, ich danke euch schonmal für die 230, 240, fast 240 Abonnenten Und ja, Leute, wenn ihr wollt, könnt ihr es ja noch ein bisschen steigern Und dann könnt ihr ein paar Leuten Ehm, meinen Kanal vorstellen Und so weiter und so fort, Leute Und mich natürlich unterstützen Und, ähm, ja, ähm Das war's auf jeden Fall von mir Haut rein Ciao Ciao